Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück beim DonFanke. Hier wieder Payday am Start. Vlad, 4 Läden, Deadwish ist die Mission. Und ja, Kommando, damit ich die Zivis runterkriege, einfach mit dem Schießen, habe ich ja schon mal gezeigt. Drüber kurz, weil Schalldämpfer und ECM. Auf geht's. Ah. So, es gibt ja immer hier mal Bier, also hier quasi im Apple Store, da hinten sehen wir gerade die Wache, rumgeiern. Da. Einmal da in der Wache. Wo willst du denn hin? Nämlich die Wache verarschen. Oder ist die Wache still zu offen? Die kann ich nicht rauspicken. Ich muss ja immer eines derf killen. Und... Wo ist die... Du willst mich doch wohl verarschen, oder? Du willst mich echt verarschen. Piss dich wieder rein, Kollege. Verarschen. Geh wieder rein. Ich brauch dich hier drin. Nein, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Spast. Chromosom-Legastheniker, ey. Okay, okay, das wird dann dort schon ein bisschen knirriger. Die kann ich nicht töten, weil hier Fenster. Die kann ich nicht töten, weil hier Kamera. Hm. Jetzt fühle ich ihn aber. All or not. Und da hat sie zu Wache das Wigen gelernt. Jimmysi. Holy fuck. So, jetzt hier sind sie entplatzieren und... rechts Kameras aufschalten. Das war das Problem, weil ich das letzte Mal auch schon, dass ich die Kameras nicht gesehen habe. Das war knapp, ey. Das wäre jetzt beinahe schief gegangen. Ich hoffe, dass ich alles erwischt habe. Da habe ich keine Kamera mehr, da habe ich keine Kamera mehr. Hier habe ich auch keine Kamera mehr. Ja, da habe ich wohl keine Kamera mehr. Dann kann man eben hier schön mit Kontrollfreak die Leute runterhalten. Hups, da habe ich wohl eben jemanden gekürt. Hups. Hups. Zwei Tresoren. Hier. Ach, im Ernst. Ich habe nur überlegt, dass ich mal ein paar Schüsse abgegeben habe. Und dann wäre es auch schon weggeblieben. Aber nochmal, ja. Hier ist halt einfach sehr viel Glück drin involviert, weil... Ich kann natürlich so einen Scheiß-Gard-Pattern wie ich habe jetzt gerade. Weil ich will einfach einfach da hinten. Und da, wo der Eintritt jetzt liegt. Der Plast ihn da. Ich sollte auch einfach hier stehen und dann habe ich Glück. Ja. Komm. Nase auf die Krass. Ja. Komm. Nase auf die Krass. Nase auf die Krass. Rupst die Doßenpauken. Nase auf die Krass. Nase auf die Krass. Zwei Tresoren. Ah... Das ist so nervtötend. Leute, höre bitte die Rohre rein. Da habe ich noch wohl eine Kamera übersehen. Wow, wie das hätte böse ausgehen können. Wunderbar ist die Krümen färten der Haare. Kies auf. Der eine da drüben ist jetzt durch. Okay, der macht sich so schnell auf den Weg wie er kann. Und ja. Und dann nochmal ein bisschen Geld gefeiert. Und ja. Zack. Pam. Das ist einfach bloß hier quasi warten bis der letzte kommt. Da kann man hier auch mal ganz kurz das Schloss knacken. Ich hoffe, dass keiner von denen da hinten aufsteht. Das heißt, das ist einfach drei Minuten dauern. Das ist natürlich nicht so. Das ist gelbe vom Ei, wenn man natürlich schon alles gemacht hat. Ich müsste quasi sagen, okay, du kommst jetzt und dann bist er in drei Minuten da. Ja. Weil sie selbst mal alles haben. Durch den Tastendruck Fahrer rufen oder irgendwelche Scherze. Das könnte man natürlich hier schön einbauen. Ein sich. Aber ich glaube, das wäre im Spiel zu blöd. Naja. In der Zeit kann man hier auch einfach das Formation-Packet sammeln. Zack aber auf, wenn so oft zu schießen. Weil sonst verliere ich zu zackig meine Munition. Das ist etwas, was man eigentlich vermeiden sollte, wenn man das so wichtig macht. Sonst muss man jeden als in 7 töten. Dann gibt man hier sogar mit Minus raus. Ich kann nur heute gelegentlich mal einen Schuss abliefern. Mit dem das niedere Fuß vollgehoben unten bleibt. Na komm. Jetzt nimmt es auf. Wo haben wir denn noch was? Jetzt geht ihm das große Suche-Rate-Spiel los. Mit diesen Gage-Paketen. Nö. 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 Die sollen nicht, oder wie? Die sollen nicht, oder wie? Hat im Motto, nee, du kriegst keine Gage-Pakete heute. Warte, warte, warte. Da liegt da eins. Warte, warte. Warte, warte, warte. Die sind jetzt noch 6 Pakete oder Geld? Diese habe ich echt keine Ahnung wo ich sie zueh. Ah perfekt Und fertig Das ist so leckerlich für eine Depp 132.350 öffnen Good job für den Arsch Aber blablub Ich krieg fast genauso viel aus dem Mist Wie ich für die Mission gebraucht hab So gut Das war dann hier einmal 4 Läden Wir sehen uns dann zur nächsten Folge Und ich sage ciao Bis zum nächsten Mal Euer Don Franke